Bist du auch so schläfrig wie ich, Dino? Recht hast du. Es ist doch langweilig. Da kannst du halt das Ängste einsetzen. Oh, ich falle! Blödsinn! Blödsinn! Das ist alles Blödsinn! Eine geniale Idee, wenn möglich für mehr als drei Sekunden. Ich komme hier zu spät, zu spät. Zu spät. Ich komme hier zu spät, zu spät. Ich gebe es auf, sind denn hier wirklich alle verrückt? Ist hier noch frei? Ich möchte schrecklich gerne, aber bisher hat mich noch jemand dazu eingeladen. Natürlich bist du, Dino. Wer solltest du denn sonst sein? Alice im Wunderland